So, Lethal Zone auf dem Amiga 500, erschienen 1991 auf dem damaligen Disc-Mac, was man am Kiosk immer bekommen hat, jeden Monat. Die legendäre Amiga Fun für 19 Mark 80 damals, diese Ausgabe habe ich mir auch geholt, Lethal Zone, richtig geiles Horizontal, Shoot'em Up, kam auch auf dem 64er raus, da aber allerdings dann auf dem Pendant zur Amiga Fun, der Golden Disc. So, dann wollen wir hier anfangen. Geht, direkt rund, ordentlich, also nix zum Aufwärmen hier. Schon tierisch auf der Hut sein. Sprit müssen wir einsammeln, sehen wir da unten in der Mitte den schwindenden Balken. Beamschüsse haben wir auch, wie bei R-Type, aber nur begrenzte. Geht gut ab. Geht gut ab. Geht gut ab. Geht und ho discrimin note. Los Mor heard, gut ab. Gyste скорicum auf. Geht gut ab. Preise. Preise. Ja, wenn man einmal raus ist, dann ist man raus, ne, dann kann das hier sehr schnell gehen, dass man hier noch von Löchern, scheiße. Verdammt. So, Double Shut. Boah, das war knapp. Jetzt müssen wir uns hier den Weg durch diese enge Passage hier schießen. Immer Dauerfeuer ist am besten. Gehen auch natürlich nur die markierten Blöcke kaputt. Jetzt kommt schon ein Entgegner. Wie war das noch? Ja. Boah, das war knapp. Kaputt! Die Drecksau. So, Level 1. Komplett. Weiter geht's. So, jetzt sind wir quasi unter Wasser. Ziemlich coole Musik. Schön elektrostoppig. Schön treibend. Schön oldschool. Ey. Wie viel Leben hab ich denn noch? Kann mir mal einer sagen. Ich kann jetzt leider nicht nach unten gucken. Lips. Mein letzter. So, Double Shut macht die ganze Sache schon. Voll weit doors zwischen dir nehmen. Baus. Noch weiter ist der Rede. So, mit. So. So. Knapp. 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 Ganz schön knapp hier mit dem Sprit. Knapp. Scheiße. Das ist mein sicherer Tod. Ja. 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 Wow! Wohh! 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 Meine Herren, ich bin am Schwitzen immer! Wohh! Fick so fertig, ich blieb schnass, ey. Oh, oh, leck mich am Arsch. Jo, und in Geisha-Time. Ah, Dreck! Jo, Game Over. Scheiße. Also normalerweise schaffe ich das Spiel ohne Trainer. Hat nämlich vier Level. Boah, ich bin fertig. Ich gehe duschen. So, hier ist jetzt der Highscore Screen. Ein wenig out of shape. So, wir lauschen noch ein wenig den Längen. Entspannen uns ein wenig jetzt. So, macht's gut. So, you may... So, wir... So, wir fahren das Singen. So, wir sind...